Wir gucken uns jetzt an, das hat gestern jemand vorgeschlagen, das hat mich auch sehr interessiert. Warum ist Rolls-Royce so teuer? Oh, der Cullinan. Ich muss sagen, der Race ist am besten einfach, weil es halt ein Coupé ist. Er ist am neisesten so zu fahren, wenn man jetzt alleine ist und keinen Chauffeur hat. Rolls-Royce-Models. Und diese sind ihre Entry-Level-Prize. Uff, wieso ist denn der Ghost günstiger als der Wraith? Er muss halt ein Coupé und eine andere Limousine. Der true cost of a bespoke Rolls-Royce hat keinen Level. So ein Cullinan, den kannst du bis zu 800k, glaube ich. Äh, wir können... Bespoke-Optionen, die sie lieben, um mit unserem bespoke Team zu designen. So, was sind diese bespoke Extras? Und ist das, was Rolls-Royce so teuer macht? Einer der ersten offenen Startpunkte ist wahrscheinlich die Farbe. Wir haben eine Palette von 44.000 plus Farben. Wir replikieren Menschen's Lipstick. Was von deinem Haus, was von deinem eigenen. Ja, aber gut, bevor du dir den bei den Rolls-Royce, keine Ahnung, für 20k lackieren lässt, kannst du dir den auch selber dann irgendwie nachträglich folieren. Dann hast du auch mal eine Schutzschicht um dein Auto rum. 400.000 Farben braucht man jetzt nicht, oder? What the fuck, Alter? Zähne, wenn es nicht irgendein englischer Adeliger war. Hahaha. Krass, das ist aber nice. Also, wenn ich mir eine Farbe aussuche und jemand anderes sagt, ich will die Farbe von Justin, dann müssen die mich erst fragen, ob die das machen dürfen. Dann sage ich, ne, so nicht. Krass, siebenlagige Farbe, warum? Auf Klopapier angelehnt. 23 Schichten Coating, also ich nehme an, das ist so Schutzfilm oder so. Das ist ja, das ist ja sinnvoll. Also, als Rolls-Royce-Fahrer, ehrlich. Kilogramm in weight, just of coat. In addition to the endless variations of color, Rolls-Royce-Customers can infuse their paint with materials to create special effects. Was? Ey, warum? One particularly iced out. The wealthy customer went one step further, requesting the addition of a thousand diamonds. Das war eigentlich ein Joke gerade. Der hat tausend Diamanten in die Farbe reingemixed, bro, what the fuck. Alter. We wanted a bit more sparkle in the finish, so it gave us a bag of Diamonds. We crushed them, they were infused into the paint. What the fuck? Ich war, ja, das sollte eigentlich geheim bleiben. Ja, ich war's. Remarkably, the detailed paintwork on Rolls-Royce cars is done by hand by just one person. Absturz. My name is Mark Corp and I am the coachliner for Rolls-Royce-Motor cars. A coachliner means that I am able to put this pinstripe onto the side of the car. The uniqueness is the fact that I do... Macht der das mit der Hand? Completely freehand. And I'm the only one within... Ja, der macht das freehand. What the fuck? Rolls-Royce can do this. That's like worldwide within the Rolls-Royce. Nein. Was? BMW Group. So the brush... Ein Handjob, genau, ja. This I use is made of squirrel hair. We found that most brushes nowadays are... Wie kann man denn mit der Hand? Alter, what the fuck? Mit so einer gerade Linie ziehen. Which tends to leave brush marks within these lines. This is a natural hair. This natural hair tends to leave no marks at all. So we work to one standard, which is a high... Krass. Das ist wirklich krass. Standard. So we use one that leaves no brush marks. Ein Sackhaar. And if customers without a coachline decide to add one to their car, Mark is on hand to travel worldwide with his paintbrush. Fass, alter. Ey, ich will gar nicht so viel Löffel bezahlst. As normal with Rolls-Royce, Rolls-Royce never comes back to us. Stell dir vor, du bist so der. Und du musst einfach jeden Tag einfach nur Linien auf ein Autoseichen. Aber stell dir vor, der verkackt einmal, weil der irgendwie niesen muss oder so. Und dann neu ansetzen muss. No Auge jetzt auf den. We go to it. So, if it's in Dubai, so be it. Hannes, vielen Dank dir. Ne, ne, ist nicht. Fuck. There are several unmistakable features of every Rolls-Royce exterior. The handmade Pantheon grill. The self-writing wheel centers that ensure the RR logo is never rotated. Ah, das wusste ich auch nicht, dass ich das niemals drehe. Auch wild. BMW hat 56 Millionen dafür bezahlt, verstehe ich nicht. But it's inside the car, where luxury and cost dramatically increases. To create a virtually silent ride, Rolls-Royce adds approximately 300 pounds of acoustic insulation around the cabin. Its tire manufacturer, Continental, even developed special foam-filled tires. The dashboard of the Rolls-Royce Phantom can even become a bespoke art gallery. Customers have commissioned artists to produce all sorts of designs in this space. Okay, das beantwortet jetzt aber nicht die Frage, warum Rolls-Royce so, die Standardausführungen so expensive sind. Including this gold-plated, 3D-printed, stainless steel installation that replicates the customers' DNA-Profile. Another shining... Da ist das DNA-Profil von dem Customer. Das kauft dir dann ja keiner mehr ab, wenn da deine DNA sozusagen drin ist. Feature of Rolls-Royce is the Starlight Headline. Das ist komplett wild. Super, super nice. Bestes am Rolls-Royce ist einfach dieser Sternenhimmel. Was nur schade ist, wenn du dir in Rolls-Royce Cabrio holst, hat es das halt nicht. An intricate series of fiberoptic rooflights that recreate the night sky. Das ist komplett wild. We have 16 hours to build the Starlight Headliners. We are starting by drilling it and we... Yo! We perforate every single hole to thread fiberoptic through every single hole. We've got up to 1340 holes. We're doing this to achieve this... Stell dir vor, du musst das jeden Tag machen. Boah, da hätt ich ja gar keinen Bock drauf. Stars, yeah, that are on the sky. So we're going to have the sky in the night covered with the stars. As with all things Rolls-Royce, customers can create bespoke Starlight. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele sich von Rolls-Royce entscheiden. Einfach, dass dieser unverkennbare Sky ist auf dem Dach. Das ist wirklich krass. Including randomly generated shooting stars. One customer even had their design matched to exactly replicate the constellation of stars from the night they were born. The embroidery on the upholstery is also tailor-made to the customer's design choice. So there's no real standard process that's repeated with embroidery just because every single design is completely unique to the customer. It's not just a case of scanning in an image, turning it into embroidery. Every single aspect of the image is thought out. The different angles of the stitch will reflect the light in a different way. So rather than it just being a flat image, we're trying to bring it out to that next level. So it's almost three-dimensional, like a hologram effect that you can get from our stitching. The most complex embroidery project Rolls-Royce has completed Is this special Rose Phantom model, which consists of one million individual stitches. The Rose Phantom is the biggest embroidery we've done to date. We'll have to map out exactly what order we're putting all those embroideries onto the leather so that they all join up to match some of the stitching. There's no tolerance. It can't be out by a millimeter. Okay. Otherwise it's completely written off. Just take a small aspect of the Rose Phantom. It's a good example of... Hey, krass. Wirklich Peso-Wipes. It's a special element of one of the butterflies. What seems relatively simple and like an image actually becomes a very complex for embroidery. So for the Phantom Rose Headliner, there's a few techniques that we hadn't used before. Because of the scale of the Rose Headliner, we had to break it down into individual elements. So each individual butterfly, the flower heads themselves and then all the vines and leaves. So you can see here, it's basically different layering of different colored stitches in different densities and by building those up, we can create that sort of fade effect where it's darker to the center. Krass. Peso X Rolls-Royce incoming, yeah, hoffentlich. We'll fine tune them to the quality that we'd expect and then start combining. Auch schon beim ersten Mal. Bring it all together for the whole Headliner. Rolls-Royce has seen a boom in sales over the last 10 years. In 2009... Krass, dass die... 2019 einfach mal das beste Jahr seit... Dings haben. 2019, sales increased by roughly 25% to 515... Krass. ...units. With the average age of a Rolls-Royce owner dropping from late 50s to mid 40s. Take Drake for example. His Boschuken Model, a special edition of the Phantom, left the factory at a value of about 700.000... Den meinte ich komplett wild. Er hat den noch zu Mansour gegeben krass. Krass. Er hat den noch zu Mansour gegeben krass. Er hat den noch zu Mansour gegeben krass. Wer fährt den? What the fuck? Wer hat denn so einen? Thirteen million dollars. Previously holding the title of the world's most expensive... Bestimmt irgendein Scheich oder so. ...expensive new car. But while other top-end car manufacturers focus on... Young Alpha? Krass. Speed, maneuverability and super lightweight super car status. Einfach schön. No job. Rolls-Royce cars are expensive for one reason. Luxury. Okay. Geiles Video. Vielen Dank, Keanu, fürs Empfehlen. Korrekt ist korrekt. Phillip Schoen. H. Rolls-Royce. Scott Sto. H-I-D-Fest.